Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Starcraft 2 Replicast. Wir befinden uns immer noch im Pack vom blauen Sarg hier oben links auf Chakuras Plateau, nämlich Meltdown Stefano. Die ehemalige große Foreigner Hoffnung, bis er dann beschlossen hat, er spielt nicht mehr und geht jetzt zu studieren. Und er spielt dieses Mal gegen den roten Terraner LDLC Kyra. Kyra weiß ich leider nicht sehr viel, als ob das eher ein Master bis Grandmaster Terraner ist. Und wie vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen ist an der Uhr, ich habe die ersten zweieinhalb Minuten gleich mal dezent übersprungen. Liegt einfach daran, dass in den ersten zweieinhalb Minuten, wenn es nicht gerade ein Cheese Game ist, überhaupt nichts passiert. Darauf habe ich keine Lust. Sag's wie es ist. Auf jeden Fall, der Terra hat einen Reaper gebaut, standardmäßig. Und hackt an der Hedge rum. Jawohl, macht Damage. Schaffst du es, wir glauben an dich. Währenddessen pumpt allerdings Stefano schon zwei Länge. Die vermutlich da wird nicht reichen, aber die Queen kommt irgendwann. Und der Reaper wird es bis dahin vermutlich nicht schaffen, die Hedge zu killen. Die Thron kriegt auch nicht, da kommen vier Länge. Der Reaper wird schön gemikrot, jumpt weg von den Lingen. Kann sich nicht entscheiden, ob er hoch oder runter soll. Wartet jetzt erstmal hier oben. Halt dich währenddessen hoch. Terra baut dabei eine Factory und ein Seid das Command Center. Jetzt merkt der Reaper, oh fuck Queen, oh fuck Linge. Da unterstützt sie einen zweiten Reaper. Und deshalb können sie dann schon einiges in Schadung machen. Vor allem gegen Linge und Drones. Gegen Queens wird es eher schwierig. Und vor allem jetzt kommt noch eine zweite Queen dazu. Dann scheiden sich die Reaper erstmal den Rückzug anzutreten. Wollen aber wieder reinspringen. Schließlich wollen die Reaper sehen, was in der Menge es vorgeht. Was macht Stefano? Jetzt steht die einfach rum. Go, go. Rein da. Es nimmt jetzt nur ein vermutlich kleiner Hotkey-Fail. Knallt ein Linge aus den Latschen. Die Drones kriegt ja nichts. Und Stefano baut sehr schön aus sämtlichen Drohnen Gebäude, die er dann hinterher cancelt, um die Drohnen zu retten. Reaper springen nochmal rein. Allerdings wartet eine Queen auf sie. Und der erste Reaper geht fast tot. Hat nur noch 7 HP. Natürlich regenerieren sich Reaper nach einer Weile. Währenddessen baut sich der Tarani hier so nach und nach auf. Hat seine Factory. Da kommen jetzt dann zwei Hellions raus. Baut der in dessen Starport und ein Tech Lab für die Barracks. Während die Reaper versuchen wieder mal einen anderen Winkel. Aber Stefano mag das. Linge sind dran. Das ist jetzt blöd, weil da kommt er nicht mehr raus, ohne dass die Reaper sterben. Ja, und da sind beide Reaper tot. Gesamt in den Units lost. Hat er eine Drone und ein Zeichen gerichtet und dafür zwei Reaper verloren. Was den Aufwand eigentlich nicht wert ist finanziell. Dafür drögeln jetzt die ersten Hellions rüber. Allerdings gegen zwei Queens tun zwei Hellions halt nichts. Schauen schon, dass der Staffer nach der dritten Beiß. Da ist noch keine. Die Linge könnte kriegen, wenn er weiter hochfährt, aber tut er nicht. Der Spuckfeuer auf eine Queen. Nein, die Queen ist so ein fettes Viech, die nimmt davon einfach keinen Schaden. Da kommen weitere Hellions dazu und eine Banshee ist auf dem Weg. Zusammen mit Cloak. Das heißt, der Terra will hier weiter sein Harassment Potential ausnutzen. Sieht jetzt, dass eine dritte gebaut wurde, vorne von Stefano. Indessen er ein wenig Creepshead dabei hochzieht. Ja, aber das ist auch mehr nervig, als dass es eigentlich Schaden macht. Creepshead ist schon recht solide dafür, dass eigentlich Reaper und Hellions draußen waren. Konnte Stefano recht ungestört Creepshead vertreiben, weil der Terra eigentlich bloß hauptsächlich Damage machen will mit dem Zeug. Anstatt einfach... Und da kommt er auch zu seinem Damage. Da gehen Drones drauf. Die Drones bilden eine schöne Linie und werden dabei geröstet. Jetzt fahren die restlichen Hellions hier rum und wissen nicht so ganz sicher, wo sie hin sollen. Und jetzt durch die Queens. Stefano hat einige Queens. Da brennen nochmal ein paar Drones. Aber dafür verliert er auch sämtliche Hellions, die er hat. So, wo hat er jetzt eigentlich seine... Banshee? 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 Habe ich was verpasst? Nein, da ist ein Hellion. Da fluttert die Banshee. Weitere Hellions sind in Produktion gewesen. Er hat jetzt immer noch drei. Man braucht drei Hellions, um eine Drones zu one-shotten. Um sie schön zu rösten und ein schönes Barbecue damit zu veranstalten. Stefano macht Link-Upgrades. Und da gab es mal eine kurze Pause im Spiel. Ja, an der dritten steht halt noch nichts. Aber er will das absehlich als Abnehmung finden. Hier fliegt die Banshee rein. Es gibt noch keinen Spock-Roll, der dieses Ding detekten kann. Aber sie ist auch erst auf dem Weg. Tja, Banshee will jetzt Drones töten. Währenddessen... Die Hellions haben hier eine Arme-Drone gebraten. Tja, gegen zwei Queens kommt allerdings die Banshee nicht an. Und dafür... WTF? Ach, das war ein Cancel? Ich hoffe es doch. So. Ja, der Fahnd hat eine Main-Cain-Spock-Rolle gebaut. Das heißt, die Banshee schnetzt fröhlich weiter. Hatte zwischen vier Kills, fünf Kills. Spuckt jetzt noch. Die Queen spuckt zurück. Oh, da wird sie sterben. Wird sie... Nein. Nein. Komm. Ist der Fahnd noch dranbleibt? Könnt ihr die hier noch abfangen? Aber tut er nicht. Banshee, dann kommt. Hier unten strax nehmen wir noch die drei Hellions rum, die sich immer noch nicht scheiße um einen Creeps-Frit gekümmert haben. Denkt einfach, nö, ich will drohnen, ich will drohnen, ich will drohnen. Nächste Banshee steht hier unten. Die obere flattet gerade wieder auf ihren Rückweg. Die steht hier erst mal rum. Queens vertreiben die Hellions. Savon hat aber die Queens hatten leer. Fünf Stück. Auf drei Basen. Das ist schon einiges. Hier kommt die nächste Banshee rein. Währenddessen hat der Tare auch seine Upgrade zum Auftrag. Baut inzwischen sein drittes Command-Center. Das steht hier. Die Banshee spuckt hier fröhlich rum. Aber fliegt jetzt dann ins Mitten, Sporkfaller. Geh da raus, Junge. Das überlebst du nicht. Ja, wie ist er überlebt? Wie ist er überlebt? Hat der ein Glück mit seinen Banshees? Wenn Stefano da gescheit drangehessen wäre, dann wären beide tot gewesen. So, Terra baut seine Infrastruktur auf und nimmt jetzt seine dritte. Im Work-Account steht es 63 zu 53. Verloren hat Stefano 19 Drones zu den Hellions und Banshees. Ja, Reaper hat ja nur eine gekillt, die Reaper. Aber jetzt kann sie Stefano lustig ausbreiten und seine Lieblings-Units auspacken. Und zwar Swarmhost. Das Upgrade ist gerade in der Forschung. Und die ersten Swarmhosts werden gebaut. Der Terra marschiert währenddessen mit einem Push rüber. Combat Shield ist noch nicht ganz durch. 1-1 Upgrades werden, wo ich auch nicht fertig habe. Aber Stim ist durch. Und er lädt ein und lädt oben aus, wo nur die Queens hinkommen. Wo die Banding-Oling überhaupt keinen Nutzen haben. Ja, das ist jetzt doof. Queens fokussend das Medivac. Die Bio schießt eigentlich nur zu 10%. Da nimmt das ein anderer Medivac. Will hier ausladen. Jetzt, das könnte die Queens was kosten. Erstes Swarmhost ist eingegraben. Oh mein Gott, Swarmhost. Und da rollt ein wenig ein Banding rein. Hier sind noch zwei Minen, die wie in den Können wehtun, wenn er da mit reinfliegt. Hat die gerade sein eigenes Medivac angedamaged? Ah, Mine! Ey. Hat der ein Glück, wa? Und bumm. Ja, Minen. Hier oben sind einige Marines gestrandet mit einem praktisch toten Medivacs. Der vorne kümmert sich nicht groß drum und creepsbrillet einfach drum rum. Auch schon. Jetzt lädt er ein und will weg. Und das Medivac überlebt sogar und kann oben ausladen. Mit dessen flottern zwei weitere Medivacs an der Banshee vorbei und wollen oben in der Main landen. Sie fahren und krallt sich hier diesen Drop. Ey, wie die da hochspucken können, die kleinen Mistdinger von Locust. So, der Terra baut in der Zwischenzeit noch einen Command Sender und pumpt einfach Units. Hat seine 65 Werke. Die Banshee hat jetzt wiedergefunden und ist damit aktiv. Aber die kotzt nur aufs Gas ein wenig und auf ein paar Werke. Aber der Doppeldrop kommt hier oben mit Hellions. Das kann wehtun. Das. Komm. Mach was damit. Danke. Okay. Linge. Aber Beinlinge. Gerade noch eingeladen. Jetzt lädt er so halb halb ein. Um da mehr Damage zu machen. Die Banshee splattelt hier rum. Aber, ja, die Linge kommen nicht ganz ran. Und die Hellions können sie von unten braten. Aber es sind bald keine Einheiten übrig. Die Locusts regeln. Mistdinger. Niemand mag Locusts. Die Queen ist bis hier rüber gewatzelt, um die Banshee zu vertreiben. Die hier immer noch rumsteht. Echt cool. Der Was-Effekt passt auch nicht hundertprozentig. Hier wäre okay. Hier drüben, naja. Die zwei Medivacs stehen hier dumm rum. Und der Terra hat jetzt, oh fuck, Swarmhosts. Lädt ein. Will jetzt hier oben droppen. Und dann... Nein, ähm. Geht sogar noch weiter. Aber da findet er wohl nichts Gutes. Da kann er nicht ausladen. Da lädt er nicht voll in seinen Tod aus. Ja, wie es alles stirbt. Bis auf das eine Medivac. Und das hat noch einen Marine drin. Hey. So viel zum Marine. Hier unten, was ist da? Auch noch ein Drop ausgeladen. Hier oben sind die zwei Medivacs. Die allerdings auch nicht viel reißen können. Stefano hat eine sehr gute Verteidigung. Das Sporkorler spuckt auch das Medivac. Stefano ist bereit für die Drops. Dieser eine Drop da oben ist inzwischen auch leer. Das war dieses praktisch tote Medivac. Es wird noch weiter verscheucht, dass es noch mehr praktisch tot ist. Das ist immer noch ordentlich von Stefano. Gut, die Map ist jetzt auch nicht mega groß. Aber Tarana hat seine vierte Base. Stefano ist immer nur noch auf drei. Im Supply sind sie ziemlich gleich. Der Tarana hat sehr viele Worker. Aber Stefano spielt eben Swarmhost mit Swarmhost. Das braucht man nicht so viel Eko. Die sind so stark genug. Ein extra Drop. Währenddessen versucht er hier rein zu pushen. Aber gegen die Masse an Locust kann er nicht durchpurschen. Es tut hier ein wenig Schaden zu machen. Aber der Drop wird auch gekleent. Hier hat es überall lauter Medivacs rumstehen und rumfliegen. Da ist noch eins. Gebt er die Mine ein, damit er die Basis nicht nehmen kann. Die Locust rollen, rallyen einfach mutter nach vorne. Oh, es ist so ein Nerftörter gegen Locust zum Spielen. Das hier wird alles gekleent bis auf die Mine. Die hat vermutlich die Drone schon umgenatzt, oder? Ne, noch nicht. Hat noch keinen Cooldown. Jetzt wartet hier oben. Die Locust pushen halt das alles zurück. Und Widowmines gegen Locust. Das ist schön. Aber die Locust kommen schneller als diese 40 Sekunden Cooldown von der Widowmine. Und auch in größerer Anzahl. Terra versucht nochmal Doppeldrop hier in die Main von Stefano da warten. Zwei Sporecrawler. Indes ein Locust, Locust, Locust. Da die Minen haben nicht viel Wert. Die Locust interessiert es kaum. Wir sind ja eh umsonst. Der Drop hier wurde auch gekleent. Stefano nimmt endlich mal seine vierte Base. Und pusht hier so ein wenig an Terras Randgebiet rum. Indes ein Terra macht 3-3 in seinen Upgrades. Stefano allerdings hält mit 3-3 schon mit. Macht allerdings die Melee-Attacks anstatt die Missile-Attacks. Heißt eine Swarm-Host. Seine Locusts haben nur... Haben keinen Attack-Upgrade. Damit würden sie halt noch viel, viel mehr Damage machen. Was viel, viel harter wäre. Die ersten Vipern kommen von Stefano. Währenddessen lädt der Drop hier aus. Killt noch ein paar Wörter. Und Stefano muss was hier hinbringen, um es zu verteidigen. Ansonsten fällt jetzt dann der Hive. Er nimmt nicht gerade ab. Hat die krass Schaden. Da kommen Dinge und beiden Dinge. Terra lädt ein. Hier ist der nächste Drop. Aber die Sporecrawler regelt. Fast. Fast. Er hat sein Bestes gegeben. Er ändert sein Medivacs stehen. Hier oben beim Overlord. Unten wurde inzwischen auch gekehrt. Die Locusts rallyen immer noch munter rüber. Ey. Die Minen hauen auf die Locusts drauf. Aber es bringt ihn auf lange Sicht halt nichts. Ist schön, wenn man auf kostenlose Einheiten schießt. Aber hey. Kostenlos. Das ist das Problem. Stefano baut seine Verteidigung hier aus. Der Drop schlägt sich mit Locusts drum. Der Terra lässt sich praktisch hier reindrängen. Er versucht es mit ein paar Drops. Aber die Drops machen nicht viel gegen es da vorne. Das ist der Farno. Er ist da sehr aufmerksam. Nein. Wenn er das richtige Medivac gefokust wäre, wäre das mit allen Units gestorben. So stirbt die Queen. Lingen und Benglingen kommen aber. Mit dessen versucht er hier doch zum Puschen mit seinen Einheiten. Aber da kommt gleich ein neuer Schwall-Locust. Da sollte er aufpassen. Die Minen. Die Minen. Toll. Ja. Da hat er jetzt. Der Großteil seine Minen verloren. Die Locusts cleanen währenddessen. Die ganze Bioforce. Oh. Sie haben Swarmhouse tatsächlich getötet. Sämtliche Minentote. Terra hat zwar einiges an Geld. 3k und fast 1k an Gas. Gut. Das ging jetzt gerade wieder runter. Es sind beide nicht Max. Der Fauna hat auch noch ein bisschen mehr Geld. Pumpt jetzt eine Riesenstange in Upgrades. Terra genauso auch unterholt die. Raven Upgrades. Weil PDDs sind super gegen Swarmhouse. Das weiß man. Saffarno macht sich auch keine Bühne weiter zum Expandieren. Der hält einfach hier seine Verteidigung aufrecht. Äh. Er folgt ein ganzer Schwall einem einzigen Locust. Sehr schön. Jetzt haben sie sich ungemischiert und beschlossen was zu töten. Saffarno hat das ganze Spiel noch keinen Guter gebaut. Er hat jetzt ein paar Corruptor und ein paar Vipern. Dass er den Push aufhalten kann. Falls zum Terra einer kommt. Sammelt seine erste Bank. Beide haben einen 3-3 inzwischen. Der Fauna auch 1-1 für die Flyer. Und jetzt kommt das erste Missile-Attack-Upgrade. Lone Swarm-Host in der Bag. Oben steht ein Doppeltrop. Hier stehen ein paar Marines rum. Und er morpht gerade das zu einem Planetary. Okay. So. Was wurde inzwischen eigentlich so alles getötet? 27 Drones gingen drauf. Ah, das war dann vermutlich... Nee. Da kann er nicht drauf pushen. Das stirbt. Bäm. Einladen und wegfliegen. Nur zwei Swarmhorns sind draufgegangen. Zwei Overlords. Zehn Minen sind schon gestorben. Über 100 Marines mussten ihr Leben lassen. Und natürlich die Banshees, die Hellenzen und die Reaper. Der Fano ist echt überall mit seinen Dingen. So. Locust ist mal wieder hier. Runterm rein pushen. Da steht jetzt allerdings schon eine ganze Tankline. Tanks sind gewisse Anzahl mit PDDs. Können Locusts verlustfrei clearen normalerweise. Da. Pew, 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 pew. Bum, bum, bum. Juhu. Um Supply sind es inzwischen beide Max. Das Terran hat eine riesige Mineral Bank. Dem fehlt es ein wenig an Gas. Der Fano hat so, ja, gute 1,5k von jedem. Baut noch ein paar Corruptor gegen das, was hier fliegt. Dann hat er seine Cleans. Cleanset ist auch echt ordentlich. Da ist wieder der Doppeltrop. Der wird vollskecliert. Der Fano pusht einfach munter da drauf. Die Queens spucken jetzt noch auf die Vikings. Und ich merke gerade mein In-Game-Sound auf meinen Ohren. Aber ich glaube, da ist noch ein... Nein, das... Ach, Changeling ist sehr süß. Terran versucht den Neubass zu nehmen. Allerdings hat er noch genau diesen Creep-Tumor umknallen. Und die Locusts wandern. Wappeln einfach nach vorne. Man muss auch sagen, diese Map ist für Swarmhose super. Es gibt einen Grund, wieso sich der Dream Pool nicht ewig lange gehalten hat. In der Ladder. Stefano hockt praktisch in seiner Base. Ah, fast. Du kannst dich gar noch ein bisschen die weiter hinterziehen. Und kann halt ein bisschen rüber rallyen. Ohne Probleme auf Creep. So, jetzt push the turn raus. Hat sehr viele Marauder. Einiges an Tanks im Tor. Da kommen Blinding Clouds. Das sind PDDs. Da kommt ein Seeker Missile. Alles knallt und explodiert. Aber das sieht so aus, als könnte es doch durchpushen. Der Tara verliert hier sehr viel. Droppt jetzt auf krassem Supply. Stefano so auch. Aber der Tara produziert schon wieder. Stefano produziert noch gar nicht. Stefano hat das aufgeräumt. Hat hier auch kaum eine Position verloren. Die Locusts pushen einfach weiter durch. Töten da noch einen Marauder. Und er kann diese Base einfach nicht nehmen. Da kommt sogar noch McCreep. Das ist jetzt ärgerlich von Taran. Weil er hat hier kaum noch Minerals. Hier wird es langsam auch schon wenig. Ah ne, es geht sogar noch. Dachte ich, er hätte vielleicht mal gemult. Hier gemult er auch nicht. Wie sieht es denn mit Gas aus? Hier ist einer zu viel drin. Da ist leer. Da stehen auch ein Haufen untötige Gäste. Da ist auch einer zu viel. Okay. Nicht sicher auf Nervositätsgas. Jetzt lässt er ein paar SCVs sterben. Hier ist noch keine Minerals mehr da. Hier sammelt er zu wenig im Gas. Okay. Sein Gas-Income ist definitiv nicht perfekt. Der könnte seine 72 Worker wesentlich besser aufteilen. Inzwischen gibt es überhaupt kein Harassment mehr vom Terror. Er ist inzwischen nur noch auf dem Rückzug praktisch. Versucht noch hier vermutlich alles an Ressourcen abzugraben, was geht. Weil da, das kotzen die Locust gleich zu Tode. Jetzt stimmt er um, pusht raus, haut ein paar Creep-Tumore um. Was machen die Corruptor da? Hingen wir ready. Die Corruptor werden jetzt von den Vikings angegangen? Ja, jetzt sollten sie sich zurückziehen. Währenddessen kämpft die Bio gegen die Locust. Das ist nicht gut. Jetzt spucken die Corruptor auf die Raven, wollen die Raven töten. Es sind PDDs da. Aber die Terran verfolgt so weit. Der spippt jetzt nicht die Sporkroll. Die Sporkroll tun echt weh. Affiliate Hellions, äh, Hellions, Affiliate Ravens, Affiliate Vikings. Die Banshees schießen sich hier zwar einen ab, aber das ist viel zu viel, dass die Banshees das jemals cleanen könnten. Gott, ich hab's heute echt noch nicht mit Wörtern. Ja, Banshees, das ist schön. Das gibt echt ne Eins für Einsatz, aber ne Sechs für Nutzen. Aber wie viele Schüsse so Banshees brauchen nur ein Locust runter zum Knallen. Hat er doch 65 Leben. Ist das ne halbe Roach? Sahfano hat währenddessen auch mal ein wenig weiter expandiert. Er hat hier oben diese Basis. Und mein Starcraft ist gerade gestorben. Sehr schön. Ah, tut sich da noch was? Ne, mein Starcraft ist tot. Gut, das heißt ich cut das hier schnell raus und wir sehen uns dann in einem Moment, wenn ich das gameplay wieder auf diesen Moment geladen hab. Ich bleibe mir noch kurz die Uhrzeit. 28.06. Dann bis gleich und dann machen wir dieses Replay zu Ende. So, und da sind wir wieder. Ich weiß nicht, wieso mein Starcraft Tarakiri betrieben hat. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte. Stefano hat sich inzwischen weitere Basen gesichert, ist inzwischen auf sechs. Und hält inzwischen den Terraner davon ab, hier seine fünfte und sechste zu nehmen. Heißt, der Terraner sitzt praktisch auf vier Basen fest. Darf uns seine Main ist leer unterstehen. Hey, ah, Kalle. Das geht doch nicht. Ernsthaft. So, hier nimmt inzwischen auch Gas, aber auch nicht unbedingt optimal. Hier und hier meint er noch. Und dessen Stefano, Locus, la 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 la. Der pimmelt hier rum und freut sich seines Lebens. Banshee wird gejagt von Queens. So, hier steht noch ein Medivac rum. Hier hängt ein Viper rum. Äh, okay. Nicht unbedingt das Top-Skill-Spiel, aber egal. Unterhaltsam. So, die Barracks wird angekotzt von sämtlichen Queens, die gerade auf die Bandschirm gehen lassen haben. Da wollen wir in den Gegend. Die Pendentary Fortress und die geht down. Und Fusion-Core auch tot. Linge töten hier alles. Sämtliche Werke. Terran hat noch 54. Marauder. Der Terran hat sehr viel lieber. Was baut der Terran eigentlich allgemein? Hat er hier noch? Er hat hier ein paar Panzer. Er hat hier eine Air Force. Aber Sancho produziert er gerade überhaupt nichts, obwohl er 3700 hat. Jetzt etwas mehr Ravens, mehr Vikings und Terran Shiplading. Hey, dass ihm das noch nicht aufgefallen ist, das macht mich wahnsinnig. Hier kommt mal ein Doppeltrop. Da sind allerdings Linge dran. Es kommen allerdings so nach und nach. Das heißt, da werden viele Linge unnötig starten. Die Marauder halten auch sehr viele Schläge von Lingen aus. Wir haben gut was am Rüstung. Und die Medivacs wurden auf der Gegend heilen. Und wie man sieht, die Linge mühnt sich, ich habe das zu cleanen. Aber auf lange Sicht funktioniert das. Mit dessen, was macht die CC hier? Die ist sehr mutig. Ich habe doch gesehen, dass hier eine Basis ist. Hier drüben könnte er landen. Das hat es da fahren und sich überhaupt nicht drum gekümmert. Das ist er sogar noch von Rocks geschützt. Da braucht er noch ein wenig, bis er da durchkommt. So, im Supply-Count sieht von Terran gar nicht so gut aus. Aber der will eben auf die Raven-Armee kommen, mit denen man Locust effektiver bekämpfen kann. Bio stirbt einfach bloß jämmerlich dagegen. Da kommen jetzt Tanks. Ja, er kämpft zwar dagegen, schön. Er hat auch Medivacs dabei, aber trotzdem stirbt was gegen die Locust. Einfach, weil es inzwischen gut einige sind. Die haben auch, die kriegen zu Minute 33, kriegen sie endlich mal ihr drittes Attack-Upgrade. Ist das nicht schön? Da machen die Drexinger noch viel, viel mehr Schaden. Von 14 auf 16. Das ist super. Man muss sie einfach lieben, die kleinen Dinger. So, auch der Great Spire kommt inzwischen mal für Stefano. Hier knacken wir ein paar Länge, das letzte Gas weg. Die Basis hat nicht mehr viel Minerals, aber noch einiges an Gas, das die Terra brauchen könnte. Bei Ravens einfach nur abhade. Gasfässer sind. Einer kostet normalerweise 200. Wenn ich mich richtig entziehe. Locust wobbeln weiter vorwärts. Das wird auch mehr hier inzwischen. Die Basis kann inzwischen aufgeben, da ist so viel Creep ist, dass weg ist. Inzwischen kümmert sich's davon hier unten noch nicht um Creep, das ist mir noch egal. Aber Static Defense steht. Er hat Bain-Dinge, um da mal lustig rüber zu rollen. Jetzt kommt ein, naja, man kann schon fast sagen, Verzeihungs-Drop. Weil der ist auch noch nicht mal voll. Er braucht zwischen nur noch Tanks und Ravens. Das ist alles, was die Terra noch macht. Seine Barracks hier sterben. Die rennen langsam, aber sicher jetzt dann gleich nieder. Der Drop boostet rüber. Schaut hier nach der Base, will die Base kenteln. Aber er wird mit beiden Drops gar nicht so viel anrichten. Hier, das mit weg, wird noch halb voll getötet. Hier kämpft er erstmal gegen die Static Defense. Er kann vielleicht diese Hedge umliegen, aber hier meint Stefan auch noch gar nicht viel. Währenddessen hier geht die Metzilei weiter. Terra versucht jetzt abzuhauen. Ja, sehr erfolgreich war der Drop überhaupt nicht. Der hat viel Units dabei verloren. Das hat ihm nicht viel gebracht. Man sieht, wie krass es aussieht im Units Lost Tap. Ist er vorne mit knapp 19.000. Hier, bis er verloren hat, ist der Trana mit 36.000. Fast 37.000. Krasse Unterschiede. Hier stehen noch ein paar Einheiten unter uns rum. Komm, mach mal das weg. Und das auch. Ha. Ja. Da neben dich. CCs stehen hier lustig in der Gegend rum, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Na ja, jetzt killt er das hier auch noch. Hat er eigentlich... Sieht nicht aus, als ob er das Adrenal Glance Upgrade für die Länge hätte. Zwischen kommt Pathogen Glance. Das ist ein fester Energy Upgrade. Der Sporkroller hat mir wieder das Command Sender vertrieben. Die Queens werden den Job jetzt noch weiter erledigen. Die Queens kommt immer noch weiter nach vorne. Obwohl er Raidens hat. Hat er Tanks verloren? Ne. Sind seine ganzen Tanks? Da hat er doch ein paar verloren. Anscheinend. Ja, Locust. Hier sehen sie nichts. Das ist schön. Da sind sie immer relativ nutzlos. Hier kommen jetzt Seeker Missile und Auto Turrets. Boom. Tja, reicht nicht. Von Fuse und alles ist gut. Hier halten Auto Turrets ein paar Länge davon ab, hier hochzukrapsen. Der Fusion Core, den hat er halt nochmal hier gebaut. Er ist aber auch stur. Terran baut weiter eine Air Armee, die ist auch inzwischen echt ordentlich... Allerdings hat er kaum Air Upgrades. Er hat nur 1-1. Stefano ist auf 3-3. Und hat auch genügend Geld, um einfach mal 30 Corruptor zu bauen. Jetzt knallt er das... Kommt, was kaputt. Ja, und die Worker auch. Und so schnell ging der Terra von 50 Worker auf unter 10. Die Länge schnetzen hier oben alles. Das In-Kampf für den Terra ist praktisch nicht mehr existent. Und zwar 0 und 208. Er verliert ja noch weiter. Und jetzt ist er auf 117 Supplies. Der Fano denkt sich, ja, was baue ich jetzt eigentlich? Nun, dann baut er gar nichts. Macht ein schönes Leben. Das sorgt dafür, dass sie die Länge noch mehr Zeug töten. Hat hier noch einen eingegraben, dass es auch ja unbedingt nervig ist. Terra hat hier nochmal einen Drop. Aber... Ja, das Smeideweg hat er sich geschnappt. Sehr schön. Und gegen die Dinger hier muss er halt warten, bis man seine Länge rüber gestrackt kommt. Dann ist das hier auch tot. Ja, deswegen pushen die Locust hier schon hoch. So langsam. Das ist echt krass. Die Tanks bräuchten halt auch 3-3. Dann wäre die Sache ganz eine andere. Aber nein, 1-1 auf Mac. Und dann halt Mac bauen ist nicht wirklich sinnvoll. Er müsste ja noch nicht mal... Früher musste man noch sowohl die Boden- als auch die Upgrades separat erforschen. Das müssen Terra nicht bei mir. Also mach deine Upgrades. So, jetzt will er von hinten an die Swarmhost ran. Will die Spore-Crawl umgehen. Legt PDDs und haut Seeker-Missiles raus. 1-1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Das tut jedem Terra im Herzen weh. Ich schaue uns nochmal im Rücklauf an, was passiert ist. Weil das ist echt... Ach du Scheiße. Ey, Sieker-Missiles. So, hier fliegt er hin, setzt die Sieker-Missiles. Die Swarmhost laufen zurück in über seine Vikings und kepp-bam. Terra vernichtet sich selbst. Macht ein Swingersmile, ich schreibe GG und Stefano gewinnt damit. Oh, ist das bitter für einen Terra. Gut. Stefano hat hier trotzdem ein sehr starkes Spiel abgeliefert. Hat sich definitiv nicht in seine Verteidigung aus Ruhe bringen lassen. Die anderen am Schluss hat sich Terra halt mit einem schönen Knall verabschiedet. Und hat halt auch kein Geld mehr um die Armee irgendwie da aufs Maus. Schön, er könnte einen riesen Barzen an Rienz noch bauen, aber das bringt ihm halt nichts mehr. Er hat's doppelte verloren an Stefano. Das sagt eigentlich alles aus. Mit Gewinnst Stefano ein weiteres Spiel. Ich glaube, das ist halt echt ein Replay-Play, wo Stefano nur Spiele gewinnt. Naja, mich soll es nicht groß stören. Zulang es unterhaltsame Spiele sind. Und damit beenden wir dieses Replay. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Replay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao.